Die wahrscheinlich beste Alternative zum Weinsberg Pepper, in dem Fall von Knaus. Ihr habt es bereits unten im Titel richtig gelesen. Heute geht es um den Knaus Vansation 650 MEG auf Fiat Ducato Basis, Modell 2025. Hier steht er mit seiner neuen und wirklich markanten Front, wie ich finde. Persönlich gefällt es mir von Tag zu Tag besser. Und gerade wenn man mal diese Ansicht hier nimmt von der Seite, ganz ehrlich, dieses Fahrzeug passt in die Zeit. Wir sprechen hier von einem teilintegrierten Camper mit nur 2,20 Meter Breite. Der Wagen ist 6,99 Meter lang und ich würde sagen, wir arbeiten uns einmal um den Wagen herum. Zum neuen Fiat hatten wir ja schon mal ein paar Mal gesprochen, aber hier steht er auf 16 Zoll. Und das Coole ist eben mit ganz Jahresreifen Schneeflockensymbol heißt, hier muss man kein Investment mehr tätigen. Hier kann man direkt losfahren, egal ob bei Wind, Schnee oder Sonnenschein. In diesem Sinne machen wir direkt einmal hier die Tür auf und nehmen Platz. Ich habe es ja beim Peppert das letzte Mal auch schon gezeigt und kurz angesprochen. Das neue Fiat Lenkrad gibt es jetzt auch schon wieder ein paar Tage länger. Man hat hier die Möglichkeit, Anrufe anzunehmen, aufzulegen, den Bordcomputer zu steuern. Ich kann hier meinen Tempomat, teilweise eben den Abstandstempomaten auch einstellen. Ihr habt einen halb digitalen Tacho, also links, rechts, analog, in der Mitte digital. Und hier oben serienmäßig von Pioneer das Head-Up-Display. Da sehe ich, wie schnell ich fahre, wie schnell ich fahren darf. Und das Ganze gekoppelt eben hier mit dem 9 Zoll-Media-Paket, also Radio, Navi, Rückfahrkamera, Apple CarPlay, Android Auto. Und ganz wichtig in meinen Augen, die neue 8-Gang-Wandler-Automatik von Fiat. Genau, Fahrerhausklima ist natürlich am Start. Spiegelbeheizung, Spurhalteassistent. Hier kann ich das Fahrerhaus zusperren, Traktionshilfe, Bergabfahrassistent. Also die neuen Modelle ab 2025 müssen ja, sag ich mal, ab Werk schon einige Sachen drin haben. Aber dieses Fahrzeug hier bei uns, bei Sunmobil Cars, hat natürlich neben der Automatik nochmal mehr Assistenten, aber dazu später mehr. Wir schauen einmal raus. Und bevor wir gleich weitergehen, fällt mir hier gerade noch eine Sache auf, und zwar die elektrische Parkbremse. Die spart nicht nur Gewicht, sondern ist auch deshalb sinnvoll, weil man die Sitze einfacher drehen kann. Normal hat man ja hier die Handbremse. Und wenn ich dann den Sitz drehen möchte, dann bleibe ich je nach Sitzeinstellung da gerne mal hängen. Kann hier nicht passieren. Sonst, ja, Sitzhöhenverstellung ist natürlich Standard. Die Sitze sind hier auch im Piloten-Komfort-Design. Der Seppi geht gerade nochmal drüber und zeigt euch das. Also die sind wirklich sehr, sehr komfortabel, angenehm. Und ich finde auch vom Design richtig gut gestaltet. Sonst, Seppi, wenn du einmal rausschaust, würde ich sagen, geh mal auch direkt einmal zur Knaus Servicebox über. Der Name ist Programm. Wir haben hier den Frischwassertank. Den kann ich hier befüllen, hier aufmachen für Service, also zum Reinigen oder zum Tauschen der Pumpe. Frischwassertank entleeren, Grauwasser, also Abwassertank entleeren. Hier hinten ist der Frostwächter, der öffnet sich automatisch zwischen 3 und 5 Grad, damit das Wasser aus dem Boiler entleert wird, falls beispielsweise die Heizung ausfällt. Ja, für was die Schnur ist, das fragen sich auch viele. Hier steht es drauf, Strangsperre für Frisch- und Abwassertankheizung. Heißt, mit dieser Schnur kann man die Tankheizung aktivieren, wenn man das möchte. Wer es noch nicht weiß, wir haben speziell für den Vansation ein Übergabe-Video gemacht. Heißt, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall mal unseren Kanal abonnieren, dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und gerne mal durch den Kanal stöbern. Und schaut euch auf jeden Fall das Übergabe-Video an, weil da erklären wir in einer Stunde alle technischen Details. Genau, hier wird der Wasserfilter eingebaut. Kann man machen, muss man nicht. Er ist auf jeden Fall serienmäßig mit dabei. Und dieses Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, hat auch die Rahmenfenster. Die sind außenplan- und flächenbündig. Ich finde sie noch ein bisschen stylischer, aber am Ende des Tages ist es auch kein Muss. Man kommt natürlich auch mit den normalen Fenstern an sein Ziel. Hier, Außenkamin von der Heizung, heißt Truma Kombi 6, jetzt wollte ich schon sagen D, aber der hat eine Gasheizung. Und hier haben wir die Toilettenkassette von Dometic mit Trollifunktion. Also die kann man auch mit ins Flugzeug nehmen. Und von dem her machen wir direkt einmal weiter. Ihr habt es bereits gesehen, Alufelgen vorne, also natürlich auch hinten am Start. Genauso wie Garagentüre links und rechts. Und was viele nicht wissen, dieses Konzept, dass hier hinten die komplette Technik an einem Platz ist, die gibt es ja mittlerweile bei vielen Knaus-Fahrzeugen. Aber ursprünglich eingeführt wurde sie eben hier beim Vansation 650 MEG. Und deswegen finde ich das ganze Fahrzeug eben so cool, weil sich durch dieses Modell wirklich viel in der Branche und auch speziell im Produktportfolio von Knaus weiterentwickelt hat. Standardmäßig kommt der Wagen mit einer AGM-Aufbaubatterie. Wir haben hier standardmäßig Platz für eine zweite. Man kann natürlich auch eine Lithium-Batterie oder zwei einbauen, das ist gar kein Problem. Wir haben hier oben das Ladegerät in Kombination mit dem Ladebooster, die 230 Volt und die 12 Volt Sicherung. Aber dazu wie gesagt bei der Übergabe oder in einem separaten Video gerne mehr. Genau. Sonst, Seppi, film gerne einmal rein. Große Heckgarage. Wie gesagt, zwei Garagentüren serienmäßig. Wir haben auch die Zurschiene auf der rechten Seite drin. Man kann natürlich auch zusätzliche Zurschiene auf der anderen Seite oder weiter oben nachrüsten. Das ist gar kein Thema. Ich persönlich habe ja einen Vansation. Ich glaube, genau deswegen bin ich auch so begeistert von dem Fahrzeug. Und ja, wir waren mit dem Wagen ja schon überall. Der Seppi war mit dabei. Kroatien, Montenegro, Portugal und weiß ich nicht wo. Wird mal wieder Zeit. Sonst schauen wir direkt einmal weiter. Und was fällt uns hier auf? Ja, viele kennen es. Die Fold Expand Heckwand. Und ich habe es ja gerade angesprochen, nicht nur das Technikfach, sondern eben auch diese Konstruktion. Ja, dass die Heckleuchten hier im Heck integriert sind und das Fahrzeug eben unter sieben Meter bleibt. Das wurde eben hier beim Vansation 650 MEG, ich glaube 2020 war es damals, eingeführt. Und ich erinnere mich gerade, damals wo wir das Video gemacht haben, da haben die uns in die Bude eingerannt, was hier los war. Also es ist immer noch richtig viel los, weil jetzt gehen wir ja wieder Gas machen, fleißig Videos. Daher, wenn Sie es noch, oder wenn ihr es besser gesagt noch nicht getan habt, direkt mal Kanal abonnieren, drauf und dran bleiben, weil wir geben wieder richtig Gas. Genau, ich hätte es fast vergessen. Die Rückfahrkamera, hatte ich ja angesprochen, ist Standard. Hier sieht man sie oben drüber auch das GFK-Dach. Was bringt mir das? Ganz einfach, das ist hagelsicher. Heißt, dadurch zahle ich weniger Versicherungen und wenn es hagelt, habe ich eben nicht gleich einen Hagelschaden. Auch dieses Detail wurde damals beim Vansation 650 eingeführt. Ja, was meint er jetzt? Ja, ganz einfach, dass die Flaschen nebeneinander stehen. Bei vielen Herstellern stehen die ja immer noch hintereinander. Beim Peppa haben wir ja auch den Gasflaschenauszug. Hat auch seine Berechtigung. Kostet halt wieder Geld, weil er nicht standardmäßig ist. Und was viele auch nicht wissen, um die hintere Flasche zu tauschen, muss ich die vordere trotzdem runternehmen. Und das muss ich eben hier nicht. Hier muss ich keinen Aufpreis bezahlen. Hier kann ich an beide Flaschen ran, egal welche leer ist, ich kann sie tauschen. Was der Peppa beispielsweise auch nicht hat, ist das Technikfach, das ich euch gerade gezeigt habe und auch die Fold Expand Heckwand. Das sind lauter Kleinigkeiten, die muss man nicht haben. Man kommt auch ohne die Sachen in Urlaub und kann damit viel Freude haben. Aber gerade das hier und auch das Technikfach, speziell wenn man sich für das Thema Autarkie interessiert, finde ich persönlich richtig cool. Und ja, macht einfach Sinn, sich dann für diese Variante zu entscheiden. Was auch nochmal hochwertiger ist jetzt im Vergleich zum Peppa, sind die ganzen Foliendekore. Also das muss man einfach mal anfassen und sich anschauen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Und was halt hier besonders cool ist beim 650 MEG. Ich persönlich habe ja den 640er auf MAN-Basis. Nur beim 650er haben wir eben die breitere Türe. Also die ist nochmal deutlich breiter. Wir sprechen hier von der Premium-Türe, die ist nicht Standard. Premium-Türe heißt, wir haben das Fenster in der Türe, den Regenschirmhalter, die Tasche und die doppelte Verriegelung oben und unten. Standardmäßig ist das, was ich gerade gesagt habe, nicht. Da wäre halt dann hier kein Fenster drin und eben der Schnickstack nicht dabei. Jeder Ventsation hat die Fliegenschutztür. Wir haben hier bei unserem noch die Trittstufe mit dazu bestellt. Die fährt auch automatisch rein, wenn man den Motor startet. Und jetzt, wie gesagt, komme ich hier ohne Probleme rein und kann es mir direkt gemütlich machen. Dafür drehen wir jetzt einfach die Sitze um. Ich mache gerade mal hier die Tür zu. Geht nämlich auch, wenn die Türe zu ist. Einfach ein Stück vorfahren und dann funktioniert es wunderbar. Schau mal, hier auch mit Armlehnen, dann wirkt das Ganze nochmal deutlich cooler. So, das hat meiner nicht. Das gibt es beim 640er nicht. Sagt der Name ja. 650er ist ein Ticken länger als der 640er. Hier beim 650er haben wir eben diesen Hocker. Und diese L-Sitzgruppe hier, so nennt sich das Ganze mit dem Tisch, den ich jetzt eben hier verschieben, verdrehen kann, das ist auch nicht Standard. Standardmäßig wäre der Tisch hier an der Wand fest. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich habe es bei mir ohne L-Sitzgruppe. Warum? Weil der Tisch dann größer ist. Aber, wie gesagt, das muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Und da kommen wir auch zum Schluss noch dazu. Von dem her auf jeden Fall dranbleiben, weil wir haben nicht nur dieses Fahrzeug hier. Also, hier oben wurde auch hier beim 650er eingeführt der Platz für die Kaffeemaschine mit Kapselhalter. Einmal für die Großen, einmal für die Kleineren mit Steckdose. Hier vorne rechts und links auch schöne Ablagefächer, wo man richtig nochmal was unterkriegt. Und einfach dieser Look, dieses moderne Interieur, dieses zeitlose Design. Ja, wie gesagt, passt in die Zeit, die wir jetzt haben, aber in meinen Augen auch in zehn Jahren noch. Also, das ist absolut zeitlos gemacht. Cool. Ja, richtig viele Fächer, Ablagen. Also, da kriegt jeder alles unter. Ja, jetzt musst du hier gerade mal einen Anruf ablehnen, weil wir drehen ja ein Video für euch. Genau. Seppi, hier oben haben wir den LTE-Router, beziehungsweise das WLAN-Modul für die Internetantenne. Ja, der Name ist Programm. Früher hatten wir das Fahrzeug immer mit einer vollautomatischen SAT-Anlage. Die gibt es nicht mehr. Also, gibt es schon, aber die ist nicht mehr Standard. Standard ist jetzt eben die Internetantenne. Warum? Ganz einfach, weil die SAT-Anlage A kostet, B wiegt, C auch wieder das Fahrzeug höher macht. Und die meisten schauen eh nur Netflix, YouTube, Amazon Prime. Und das funktioniert eben mit einer Internetantenne deutlich besser, weil eine normale SAT-Anlage kann halt auch nur Satellitenfernsehen. Wer möchte, der kann natürlich auch ohne Probleme eine SAT-Anlage nachrüsten. Hammer auf Lager, auch zum richtig geilen Sonderpreis. Von dem hier, wenn ihr Bock auf so ein Fahrzeug habt, ruft uns an, schreibt uns an. Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der 27 Zoll LED Smart TV, ja, der ist wie gesagt auch verstellbar in alle Richtungen. Ja, links, rechts, hoch, runter. Der ist Standard, ja, einziger Unterschied, wie gesagt, wir haben eine Internetantenne statt einer SAT-Anlage, ja. Sonst haben wir hier Vollauszug, Schubladen, Kugel gelagert mit Besteckeinlage, Soft-Close, ja, selbst verriegelnd. Da muss man sich um nicht mehr viel kümmern. Hier unten haben wir eine Klappe für schwerere Sachen. Von dem her kriegt hier jeder alles unter, ja. Hier haben wir nochmal eine Verbreiterung, ja, muss man den hier hochklappen, hoppala. So, dann kann ich hier auch nochmal was abstellen, runterklappen und weiter geht's, ja. Boah, ja, da hat sich einer fatal mit dem Seifenspender. Den müssen wir nochmal versetzen, Vorführeffekt. Zwei Flammengaskocher, daneben eben die Edelstahlspüle und sonst geht's hier direkt hinten mit der Küchenrückwandverkleidung weiter. Hier kann ich alles in einen Wisch sauber machen. Ab Modell 24 wurde der Seifenspender eingeführt. Der muss zwei Zentimeter nach rechts, ja, dann kann ich hier die Klappe auch öffnen. Darum kümmern wir uns noch. Sonst, oben geht's weiter, wieder Ablagen, beziehungsweise Stauraumfächer mit Zwischenbrett, ohne Zwischenbrett. Also so, dass jeder und alles, ja, seinen Platz findet. Kühlschrank, haben wir hier einen Absorberkühlschrank, heißt, der funktioniert mit 230 Volt mit Gas oder während der Fahrt, wenn der Kühlschrank vorgekühlt wurde, auch mit Strom, also über die Batterie. Der hat aber auch einen Automatikmodus, den kann man hier oben einstellen, da muss man sich um nichts kümmern. Und sonst, wenn du mal ins Bad gerade rein filmst, ja, haben wir hier auch richtig viel Platz. Schönes, großes Waschbecken und gerade hier hinten, ja, haben wir auch nochmal schöne Ablagemöglichkeiten. Sonst, man kann das Ganze ja auch zum Bad umbauen. Ich hatte jetzt schon länger keinen Vensation mehr, aber man klappt es so um, zack, hier rüber. Ja, und dann kann ich das hier einfach zumachen. Ja, total simpel, kann mich drehen und, ja, wohlfühlen ohne Ende. Dann klappt man das hier zurück. Hier ist so ein Dämpfer, schau mal, ja, dadurch wird das geführt. Dann muss man das Ganze hier wieder verriegeln und fertig ist der Lack. Ja, also total unkompliziert. Schöne, große Wanne drin, auch so Anti-Rutschmuster. Zwei Abläufe, sodass das Wasser auch ordentlich abfließen kann. Und das hier, ja, da streiten sich immer die Meinungen. Das ist eben nochmal ein Hängeschrank, allerdings ein sehr schmaler Hängeschrank. Ja, aber besser als kein Schrank. Genau, von dem her zwei richtig große und lange Längsbetten, die man natürlich auch zur Liegewiese umbauen kann. Dafür haben wir eben hier dieses Polster, das man dann hier in dem Bereich einsetzen kann. Sonst habt ihr hier wie beim Pepper links und rechts die Möglichkeit, es hochzuklappen oder eben hier aufzumachen. Ja, also da findet alles und jeder seinen Platz. Und sonst hier diese Stufen sind übrigens Hohlräume. Also da befindet sich, wenn überhaupt, ein Heizungsschlauch drunter. Da hatten wir auch schon den einen oder anderen Kunden, der das umgebaut hat oder da Lithiumbatterien reingebaut hat, wie ich beispielsweise. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. Hier hinten auch nochmal eins, zwei, drei große Stauraumfächer. Steckdose, USB-Steckdose, Lichtschalter. Alle Lampen kann man dimmen. Schau dir das an. Alles Soft-Close, selbstverriegelnd. Also ja, vom Feinsten. Hier oben auch nochmal die Schwalbennester, also Ablagefächer. Ja, im Prinzip sehr ähnlich wie der Pepper vom Interieur. Einfach nochmal der deutlich modernere, zeitlosere Look, der mir persönlich auch besser gefällt. Was ich auch besser finde persönlich ist das Bad. Vor allem das hier mit der Schiebetüre, die eben nicht in den Raum reinragt. Das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Aber am Ende auch Geschmackssache. Der eine sagt, ich finde das besser. Der andere sagt, ich finde das besser. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, ich finde das eben hier sehr cool von der Haptik, vom Design. Und den Hocker beispielsweise, den gibt es beim Pepper halt nicht. Dafür ist der Pepper aber auch 6,75 Meter lang. Ja, nicht wie der hier 6,99 Meter. In diesem Sinne, der Seppi zeigt ihn euch nochmal. Ich schaue gerade nochmal aufs Preisschild. Der Wagen steht, wie gesagt, auf dem neuen Fiat Ducato Modell 25 mit 140 PS Automatik und ein bisschen Schnickschnack, wie beispielsweise den Rahmenfenstern der Elsitzgruppe etc. Hat einen Listenpreis ohne Fracht von 81.500 Euro. Ihr seht es aber, zwei Seiten Sonderausstattung. Also da ist schon viel mit dabei. Bei uns bekommt ihr das Fahrzeug je nach Konfiguration. Warum sage ich das? Weil wir eben zwei, drei im Vorlauf haben, die unterschiedlich ausgestattet sind. Bekommt ihr die im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Also für 60.000 bekommt ihr natürlich keinen mit Automatik. Aber irgendwo im Bereich 67.000, 68.000, denke ich, wird es losgehen. Und dann bekommt ihr hier ein neues Fahrzeug, Modell 25. Also so wie er hier steht, mit Automatikgetriebe. Wir haben eben auch ein paar dabei, die dann den Abstandstempomaten haben. Also das Care Drive Advance Paket. Von dem her, sobald die Fahrzeuge angekommen sind, wenn sie dann halt noch verfügbar sind, werden wir, denke ich, auch ein Video machen. Aber ich weiß eben, dass wir da was bekommen. Von dem her, wenn ihr da Interesse habt, ruft uns an. Wir schicken euch gerne eine Konfiguration rüber, machen euch ein faires, ordentliches Angebot. Und wenn ihr auch noch irgendwas dazu braucht, eine Solaranlage, andere Felgen, eine Anhängerkupplung, einen Fahrradträger. Das können wir hier bei uns bei Sandmobilkas in unserer wirklich sehr professionellen Werkstatt alles abdecken. Von dem her, wenn ihr Interesse habt, ruft uns an, schreibt uns an oder kommt vorbei. Und wie immer, LKA liken, kommentieren, abonnieren und bis bald. Und wie immer, LKA liken, kommentieren und bis bald.